Eine ganze Menge wird bei StarCraft anders sein. Zum Beispiel wird es drei verschiedene Rassen geben. Die unterscheiden sich voneinander ganz eindeutig. Die Strategien, die man für die Terrans erlernen kann, und auch die Spielweisen, funktionieren nicht mit den Zerg und lassen sich auch nicht unbedingt auf die Protors übertragen. Eins der Dinge, die wir unbedingt erreichen wollten, lag darin, viele verschiedene Möglichkeiten zu bieten, mit denen Einheiten bewegt werden können. Einige der Gebäude sind mobil, andere müssen mit verschiedenen Energieformen betrieben werden. Es passiert einiges in dem Spiel. Zudem arbeiten wir an einer Reihe sofortiger Multispieler-Optionen, die nicht nur mit Multiplayer-Spielen laufen, sondern auch mit Battle.net. So sind die Voraussetzungen für ein echtes, weltweites Turnier gegeben. Wenn man sich bei Battle.net anmeldet, erhält man zum Beispiel eine individuelle Identifizierung. Das heißt, wenn ich mich als Bill Roper anmelde, weiß ich, dass ich der einzige Bill Roper bin, der unter dem Namen spielen kann. Es werden auch meine Ergebnisse gespeichert, Gewinne, Verluste, Unentschieden. Wir werden Turniere auf dem Battle.net austragen können. Dementsprechend kann dann jemand, ich glaube zum ersten Mal, tatsächlich von sich behaupten, ich bin der beste StarCraft-Spieler der Welt. Straft in, nice and tight, now. I don't see your mama there! Ha, 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 ha! Locked in, in, Crews. What you got for me out there, Joey Ray? We got terror for sure. I don't know about the risk. We got a big old buttload of floating damn breeze out here. Woohoo! We hit terror this time for sure. Explain to me, how we gonna get all this home. I'm detached and moving toward the derelict spacecraft. Goddammit, Jim. Video's out again. Well, quit picking at it. I ain't picking at it, dammit. I'm out here with the heads of my candy up in here and there. We left in your deck. I'm here with your dirty, we murdered it. Hold on, I got a video. Goddammit, folks, I'm back! I'm behind this, dammit, I'm behind you! We'll see you next time for next time. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020